Dann gib mir nochmal bitte ein W10, 8, dann bekommst du 13 Wuchtschaden, ich glaube deine Rüstung zählt, nee, dein Widerstand zählt da, Gott, bei Wuchtschaden. Widerstand und Rüstung, ganz normal, ganz normal, okay, ja, dann wird das, glaube ich, alles von der Rüstung weggessoakt, ja. Granaten hatte er nicht dabei, Raketen auch nicht, auch wenn es ein Iron Hand war, aber hat er nicht dabei, es sind Alpha, Alpha, die Legionäre. Und du musst einen anspruchsvollen Gewandheitswurf schaffen, sonst bekommst du minus 10 auf KG und BF, durch Blut auf deinem Visier. Habe ich geschafft. Hast du geschafft, perfekt, dann bin ich jetzt endlich dran, ich habe noch 1, 2, 3, 8, minus 2 Leute und davon treffen ein paar, ich muss gerade mal schauen. Wenn es nur 8 sind, dann sind es doch jetzt nur noch 6. Du hast recht. Die haben einen BF von 50, 1, 2, 3, 4, 4 Leute treffen. Schießen sie oder, ja, es sind sehr schwer. Ich muss gerade mal schauen, nee, die schießen jetzt gerade, die gehen noch nicht in den, also, das sind Alpha-Legionäre, die können nicht gut nachgampfen, die können im Prinzip auch nicht gut schießen, aber sie, wenn sie es halt tun, dann schießen die mit das Tartesbeutern. So, dann schauen wir mal nach. Dieser Alpha-Legionäre lebt noch, der schießt auf Tibias, dann mache ich hier ein, was ist denn das, 3 W10 plus 5, ne? Weil Wucht, ja. Und der kleinste Würfel kommt dann raus. Genau, die 3 nehmen wir raus, sind 20 TP auf Tibias, 20 TP auf Tibias, minus seine Rüstung und sein Widerstand, ja, ist ja gar nicht so lustig. Ja, denkt noch an DS der Waffe. Achso, stimmt, genau, DS haben sie auch von 5, dann sind das nicht 18 weniger, sondern 12 Schadenspunkte. Okay, das war der erste, dann habe ich hier noch 2, da schießt einer auf Octavius und der andere auf Felros. Das Problem ist einfach, dass Octavius dazwischen steht. Octavius bekommt, oh, 10. Chaos-Legionäre-Kritten auch, ne? Bei der 10 explodiert er auch. Ich verstehe, ja. Zorn des Imperators, auch wenn sie, ja. Zorn von Siege oder so, ja. Ja, dann 29, die 7 ziehen wir raus, sind nur noch 22, aber einer explodiert, ein W10. Sechs mehr. Dann bekommst du 28 TP, DS5. Weißt du wohin? Ne, nimm einfach den Körper. Okay, wie viel waren das? 28? 28 DS5. Und Tibias bekommt 16 mit einem explodierenden, sind 16 plus 18, 24. Den ziehe ich raus, den ziehe ich raus. Und dann habe ich noch einen und der wird dann auf Bruder Kreiss schießen und zwar am Nahkampf, also auf Kernschussreichweite. Wenn er mit ihm im Nahkampf ist, bekommt er keinen Bote aus Kernschussreichweite. Ist er nicht. Außer er hat eine Bote-Pistole. Ne, ne, das ist der eine hier und der andere schießt dann auf Greifen. Ah, fuck. So, sind 18 DS5. So, sind irgendwie 7 TP oder sowas. Da kann man ja nichts dodgen, oder? Doch, Fernkampf kannst du auch dodgen, aber du kannst halt nur einmal dodgen, ne? Ja, aber 18 Schaden ist... Ich weiß halt nicht, was die für Nahkampfwaffen haben. Vielleicht ist das gefährlicher, aber... 18, 18 DS5. Du bist ein Space Marine, beißt die Zähne zusammen. Bei 18 dürfte ich nicht durchkommen in die Brust. Das Problem ist, ich bin da schon verwundet angekommen. Ja, der Imperator regelt. Zurückweichen. Kannst du noch Schicksalspunkte ausgeben für Lebenspunkte und so weiter. Das geht schon. Außerdem wird das erst lustig, wenn du in den Minusbereich kommst. Genau, dann nehmen wir wieder unsere schönen Tabellen. Ja, von denen haben wir schon zwei Ergebnisse gehört. Ja, ich dodsch das natürlich. Ja, dann versuch's. Sieht gut aus. Dann gehen die Schüsse irgendwo hinter dir in den Schreibtisch. Das waren alle meine Alpha Legionäre. Es haben nur vier getroffen. Und nächste Kampfrunde, Octavius. Mein Bargain. So, jetzt bannere ich mal vollautomatisch. Ich möchte beide Ziele beharten. Jeweils mit zwei Schüssen. Okay. Entfernung, sieben Meter. Ich glaube, da kriegst du den Bonus. Oh, 25, ne? Da treffen wieder alle, weil ich hab... Ich glaube, ich kann ausweichen. Ich versuch's einfach mal. Zwei, wir 100. Beide weichen aus. Da sind jetzt wieder die Erfolgsgrade wichtig, ne? Ja, das stimmt. So, die Gewandtheit ist 40. Da hab ich zwei Erfolgsgrade und drei Erfolgsgrade. Und ich muss rechnen. Also ich hab den Bewegungs-Dengster-Boomster gibt plus 20. Dann hab ich einen Wert von 78. Und dann nochmal einen Zehner-Bonus. Und ich bin bei 108. Dann hast du wieder. Oh, junger Alter. Also beim Ausweichen ist das, glaub ich, so, dass jeder Erfolgsgrad einen Treffer verhindert. Ja, die werden ja auch nicht konträr zueinander behandelt, ne? Ich glaube nicht. Dann... Ja, ich fürchte auch, er hat recht. Es wär mir anders lieber, aber ich fürchte, er hat recht. Dann gib mir mal deine Würfel. Und der eine weicht zwei Schüssen aus und der andere weicht drei Schüssen aus. Die haben halt gut gewürfelt, ne? Musst du dich gleich mal revanchieren. Ja, ähm, also das... Ich hab ja... Ich schieße ja vier Schüsse, aber es treffen immer zwei davon. Also würden acht Schüsse treffen. Ähm, das heißt vier auf jeden. Und wenn einer drei ausweicht, kriegt der nur einen ab. Und wenn einer zwei ausweicht, kriegt der noch zwei ab. Genau so. Mach einfach einen, äh, dann ganz normalen Schaden und den nehmen wir dann mal zwei oder mal eins. Ja, wir nehmen wieder die eins weg. Die eins nehmen wir raus und 22. Der ist acht. Sind also dann 30. Äh, nee, sind nicht 30. Ja, du ziehst halt die Rüstung und WIB von den 30 aus. Ach so, das meinst du mal her. Sind 18, sind 22. Lebt noch. Ja, und der andere kriegt das zweimal ab. Der andere kriegt das zweimal ab. Okay, das reicht nicht. Dann nehmen wir den unteren raus. Zustand tot. Schauen wir mal nach. Das war wieder ein Explosionseffekt. Du schießt dem Alpha-Legionär, äh, ein bisschen verzogen, äh, erst in den Arm, der mit einem gewaltigen Knall vom Körper weg, äh, fliegt und in einem Blutschauer dann zu Boden geht. Das Zier stirbt. Du siehst, dass er in seiner, äh, Hand, die du abgeschossen hast, noch Bolt-Munition hatte, die dann ebenso durch deine Sturmgeschosse abgesprengt werden und dann im, äh, Lauf oder im Magazin noch explodieren. Selbst dabei noch einmal Wuchtschaden anrichten und, äh, nicht nur aus seinem Arm abgesprengt, ähm, sondern wird er durch den, äh, durch die Explosion seiner eigenen Bolt-Geschosse an die Wand gedrückt und dort, der lässt er einen blutigen Fleck. Dann wird er ein bisschen nach vorne geschleudert. Ach so, nee, gar nicht, das war der. Der wird hier an die Wand gematscht. Und den anderen hattest du zwar getroffen, aber der lebt noch. Ja, da müsst ihr... Gabriel, 14. Meine Brüder scheinen das hier ziemlich im Griff zu haben und, äh... Der andere Salamander brennt gerade. Das, äh, trifft sich ja gut. Salamander und Brennen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, und, äh, Kalei hat sich ja die Verräter in eigenen Reihen oder die sich als eigenen Leute ausgeben im Griff. So dreht sich Gabriel um und schießt auf den hier oben. Wenn er sich... Er hat sich sicher schon erkennlich gemacht. Er hat sich ja erkannt zu geben. Der hat von oben auf den Hinterkopf von, äh, Captain Agudoi geschossen. Ja, ich nehme mir diesmal aber auch die volle Aktion, um zu zielen. Hat ja keine Eile. Ja, wenn du eine volle Aktion zielst, dann kannst du in dieser Runde nicht mehr schießen. Genau, halbe Aktion. Du kannst auch eine volle Aktion bekommen, dann, äh, zielst du halt mit einer plus 20. Ja, und bei einer vollen Aktion kannst du dann aber erst die nächste in die zielst. Ich glaube, dann schieße ich den lieber jede Runde einmal. Das ist mit plus 10 nicht wert. Dann macht dein wie 100? 65. Ich glaube, 58 plus... Ist das immer noch unter die halbe oder... ... immer noch unter Viertel meiner momentanen Reichweite? Das ist die halbe. Deine Reichweite ist 100 normalerweise bei einem Bolter. Nee, nee, meine Reich... Ich habe ja einen speziellen Bolter, da habe ich eine Reichweite von 200. Und unsere Kraken, um die zuvor, gibt uns noch plus 15 auf die Reichweite. Er ist ausgewicht. 14 ausgewicht. Gerade. Ihr könnt jetzt aber auch erkennen, wie Akutai seinen Kettensäbel zieht. Tibias zieht seinen Melter. Und Felros wird wohl seinen... Ja, der hat auch einen Bolter. Ganz normaler, erst hartes Bolt-Geschoss. Das ist halt... Akutai hat halt tolle Sachen und den Melter. Gut. So, dann... Ausgewicht in Cray. 11. Du hast da im Kampf noch zwei Leute. Ja. Ich versuche, einen von den beiden auszuschalten. Und greife zweimal an die Runde. Du könntest natürlich auch um Hilfe fragen, ne? Kostet mich das eine Aktion? Eigentlich nicht, nö. Reden ist keine Aktion, solange man es nicht übertreibt. Äh, wie viel hast du schon Schaden genommen? Nicht benötige Unterstützung. Und greife an. Ja, dann hau rein. Wie genau ist denn momentan dein Lebensstand, also deine LLP? Du bist ja auf dem Bildschirm von Gabriel. Ja, der hat schon mal ein bisschen was in den Zinkiebein abbekommen. Hälfte Lebenspunkt leider. Ja gut, dann soll er sich mal nicht so anstellen. 21 ist getroffen. 88 wahrscheinlich nicht, ne? Nee, 88 ist nicht getroffen. Kein frischer Charakter. Kann ich trotzdem versuchen auszuweichen. 10 gelungen. Okay. Dann bin ich, glaube ich, durch. Dann hast du jetzt gleich ein großes Problem. Ähm, Bruder Carly darf noch. Möchtest du Kopfe explodieren lassen? Ruf doch, mach doch den Warp einfach mal auf. Nee, das Problem ist, ich kann mit dem Warp nicht ein Einzelziel angreifen. Die bestehen ja außenrum noch andere Leute. Das Schöne ist, wenn du den Warp aufmachst, dann werden alle eingesaugt. Ja eben, ich weiß das auch, deshalb halte ich mich da mit Vorliebe zurück. Ich mache allerdings, warte, wie weit ist der jetzt mit der Kollege entfernt? 10. Das reicht mir nicht. Das reicht nicht, um ein Kernschlussreich weiterzukommen. Aber der Kollege wird jetzt das gleiche Schicksal erfahren wie sein Vorgänger. Ich charge den einfach weiter mit dem Schwert nach hier. Ja, okay, okay, okay. Energieschwert. So, dann würfeln wir mal. Das ist ein Sturmangriff, das gibt mir wieder plus 10. Reicht wohl nicht, ne? Nein, das reicht mir nicht. Dann frisst du gleich den Schaden. Ich chipp das. Machen wir eine 99. Nee. Dann explodiert dein Musik schwer. Hey, 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 es ist eins besser, aber das hilft mir auch nicht. Okay, ist bei Sturmangriff im Slung irgendwas noch, ne, ne? Weißt du was? Er zieht auf kurze Distanz sein Astartas Kampfmesser. 64, schafft er das? Ein Sturmangriff gibt doch nochmal plus 10 oder so. Ja, aber das schafft er trotzdem nicht. Ist denn meine Verteidigung nach dem Sturmangriff verringert oder aus? Ich glaube, dass das nicht verringert, das ist wer bei einem kompromissloser Attacken kannst du nicht mehr verteidigen. Okay, okay, das ist gut. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also du siehst, wie er wohl mit seinem Astartas Kampfmesser nach deinem Bauch hiebt, kannst du aber noch drunter wegtauchen und dann bleibst du aber an seiner großen Servo-Rüstung hängen. Er stößt dich einmal zur Seite. Und dann seht ihr wieder, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Leute, die jetzt auf entweder euch oder die Kommandanten schießen. 1, 2. Ich glaube, es sind nur zwei, die getroffen haben. Beziehungsweise auf die kurze Entfernung trifft auch der andere. Der eine verständlich nachkommt mit mir. 1, 2, so. Ich fange an mit der 22. Das ist der für Tibias, beziehungsweise Carly. Dir wird direkt in deinem Bauch ein Bolt-Magazin geleert. Für vier weniger sind 16. 16 DS-5. Welcher von denen schießt jetzt auf mich? Der direkt vor dir steht. Hat der eine Pistole oder einen normalen Bolter? Der hat einen Astartas Bolter. Weil der Standard-Bolter, der kann im Nahkampf nicht schießen. Der zieht ein Schwert. Ein Kampfbesser war das. Ach so, stimmt. Man kann auch beides tragen. Also er hat auch ein Kettenschwert, aber das war jetzt noch das Kampfmesser. Das ist das kleine. Das kann er ziehen und wieder wegstecken. Im Gegensatz zum Kettenschwert. Ja, du kannst nur mit Pistolen im Nahkampf schießen. Mit normalen Boltern geht das nicht. Ja, dann nimmt er die Astartas-Bolt-Pistole. Das ist auch okay. Zwei WC in Reisend. Das ist der gleiche Schaden. Möchte ich gerne ausweichen. Möchte ich gerne ausweichen. Das ist halt ein anderes Magazin. Oh Gott. 100. Hey, du würfelst echt toll heute. Ja. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass du die 16 nimmst. Ja, nice. Und zwar direkt auf den Kopf. Hast du 16 gesagt? Ja, 16 auf den Kopf. Wie viel der ist? 5 nur. Guck mal, da kommen auch 5 durch. Ja, siehst du. So, dann machen wir weiter mit dem, der auf Octavius schießt. Der hat sicherlich auch getroffen mit der 67. Auf die Reichweite hat er getroffen. Der schießt auch auf dich. Und zwar vollautomatisch. Zwei gehen raus. Sind auch wieder 18 DS 5. Frage, wenn ich ausweichen wird, dann der, wie heißt der Felros getroffen? Ja. Dann bleibe ich stehen. Und nehmen es mal ein Mann. Dann nimmst du ja ein Mann. Du stehst ja genau inzwischen eben. Richtig, sowas wird nicht ausgewiesen. Auch noch nicht zurückgewiesen. Du könntest ja sonst auch ausweichen. Und beliebig viele von denen. Sonst kriegst du 18 mal. 18 mal 4. Ne, mit der 67 hat er doch nicht mehr als einen getroffen. Stimmt. Na gut. Auf die Entfernung? Na gut. Ja, dann bekommt er eine plus 30. 17 zu 18 DS 5. Ja, der kriegt nur das 10. 18 DS 5. Die du dir notieren darfst. 18 DS 5? Genau. Dann die 34. Das ist der oben vom Balkon. Der hat einen Akutai ins Visier genommen. Und der trifft dann wohl auch. Während Akutai ihn selbst anstürmt. Aber da werden trotzdem... Während er ihn anstürmt... Wo hat er getroffen? 34? 43? Was ist 43? Prost, ne? Körper. Akutai wird durch die Explosion von den Boltgeschossen in seinen Bauch zu Boden geworfen. Und Gabriel, du kannst sehen, wie wohl mehrere innere Organe aufhören zu existieren oder zu funktionieren. Du siehst, wie eine Lunge geplatzt ist und auch ein Herz. Es ist wohl nur sein Sekundärherz, was erstmal gut ist. Aber Akutai sinkt auf den Treppen zusammen und beendet seinen Sturmangriff. Sehr glorreich für einen White Scar. Der ist nicht tot, aber er ist sehr schwer verletzt und kampfunfähig. Und dann habe ich noch... Die 82 trifft nicht, aber die 58 würde Cray treffen. Die 58 trifft nicht. Ist es ein Nachkampfangriff oder ein... Äh, wir schießen wieder mit Bolt. Wir schießen wieder mit Bolt. Nicht nur 19 Schaden, ne? Die 19 Schaden kommen viermal durch. Und du hast noch 10 gewiffelt. Stimmt. Also... Dann würfeln wir mal den Explodierenden. 2, passt. Ich gucke gerade mal, was noch mit seinem Körper explodiert. Ja, also Akutai ist auf alle Fälle sehr kritisch und sein Nervensystem gibt gleich den Geist auf. Er wird höchstwahrscheinlich am Blutverlust sterben. Das kann dann auch seine Organe und auch das spezielle Blut der Space Marines kann das so wohl nicht aufhalten. Denn da musst du wohl direkt ran, wenn du Apothekarios bist. So. Ich muss gerade schauen. Die 29, das waren... Ich drutsche. Mit der 1. Oh ja. Dann siehst du, wie hinter dir einer der White Scars zu Boden gerissen wird. Wohl kein weiterer Kommandant, sondern nur einer, der da im Weg rumstand und noch nicht genau weiß, warum die Death Watch jetzt ihre Brüder angreift. Die werden wohl aber auch gleich in den Köpfen mit einschreiten. Aber nächste Kampfrunde, eine habt ihr noch, Octavius 14. Ich möchte auf dem unteren von Bruder Kreis Gegner ballern. Das ist unter 50 Meter. Dann kriege ich auch wieder plus 10er Bonus, also plus 30. Ja, voll automatisch. Ja, im Treffen, er versucht auszuweichen, aber er ist dann noch mit Cry beschäftigt und merkt nicht, wie dann der Sturm Bolter aus der Entfernung an Felros und den Iron Hands vorbeigeführt wird und dann in ihn einschlagen. Tauben wir ein bisschen zurück. 20 DS 8. 20 DS 8 und dann viermal, ne? Ja. Dann ist er weg. Nach Octavius ist Gabriel. Gabriel kriegt den Bolter zur Seite und fängt an zu laufen. Und er ruft währenddessen, ich brauche Feuerschutz. Der Kapitän braucht Hilfe. Der Akku Teil. Liegt im Sterben. Dann würde ich mit der freien Handlung mal dem Sturmseher, weil man Telepathien mit freien Handlungen aufrechterhalten kann, habe ich das natürlich gemacht, mitteilen. Ich versuche, Bruder Gabriel, Erfolg bei uns zu geben. Wie weit kann ich eigentlich laufen? 36 Meter, wenn du Sprint hast, bin ich der Meinung. Alles klar, ja, dann komme ich hin. Dann kannst du nächste Runde mit der, ja, lebensrettenden Vivi-Sektion anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020